Alpha, James, Alpha Ja, servus Leute, euer James Alpha wieder hier. Was geht ab? Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und ja, heute gehe ich mal auf Nina Nana von Gali. Habt ihr euch ja unten in den Kommentaren gewünscht. Und wenn du auch einen Wunsch hast, schreibt es gerade unter dieses Video. Dann werde ich darauf reagieren. Hören wir mal rein. Das ist toll. Ua, 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 ubella. Ubella. Sono uscito dalla melma. Geil auf jeden Fall. Da una stalla una stella. Richtig geil. Also ich finde schon jetzt so gerade den Anfangspart auf jeden Fall richtig nice. So schöne, ja, Glocken, Bells. Auf jeden Fall Bellmelody. Und ja, er kommt halt auch einfach geil rein. Ich kenne ja Gali auf jeden Fall schon. Und den Track habe ich mir aber noch nicht so oft angehört. Ich glaube nur einmal kurz. Jetzt hören wir mal weiter. Auch geiles Video. Geil. Und jetzt kommt er richtig rein. Also das Video ist auch cool gemacht auf jeden Fall. Bin ich aber auch schon von Gali gewohnt. Habe da schon ein, zwei Videos gesehen. Und lassen wir mal weiter hören, was noch so kommt. Leute, geil auf jeden Fall. Ihr wisst, ihr müsst auch immer ein paar Pausen machen wegen YouTube, damit ich das Video auch hochladen kann für euch. Nicht, dass es gesperrt wird. Und hier, geiler Schulbus. Ich mag Schulbusse. Also amerikanische. Ich liebe diese Schulbusse. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen der Farbe Gelb und Schwarz. Aber ich feiere die einfach. Ja, schreibt mal unten in den Kommentar rein, ob ihr auch Schulbusse feiert. Und wie ihr Gali Nina Nana findet. Okay, jetzt geht er ja richtig ab hier auf jeden Fall. Also er hat auch einen richtig geilen Flow. Ja, auch sehr, sehr variantenreich. Das, was er bringt, abwechslungsreich auf jeden Fall das Ganze. Und das feiere ich an Gali besonders. Geil, also richtig geil. Also wirklich, so diese Glockenmelodie ist auch geil produziert von Charlie Charles. Der Beat. Und ja, hat ja auch schon für Capo Plaza unter anderem und es Ferrei Basta auch produziert. Ist auch richtig geil gemacht. Einfach die Stimmung, der Vibe. Gefällt mir. Okay, jetzt geht's wieder rein. Ich feiere das auf jeden Fall. Also auch gutes Arrangement. Einfach sehr abwechslungsreich. Und ja, bin ich von Gali eigentlich auch gewohnt. Boah, geile Effekte. Rolling Stone. Ja, auch nice auf jeden Fall. Ja, Lyrics verstehe ich nicht alles, aber manche Wörter versteht man halt vor allem so amerikanische beziehungsweise englische halt. Und ja, schreibt auch gern unter dieses Video, was für einen Song ihr euch als nächstes wünscht. Jetzt auch speziell aus dem italienischen Rap. Oh, geil. So diese Hits, die so kommen so immer auf den ersten und, was ist das, dritten Schlag, oder? Hat sie einfach drauf. Und die 808 ist auch richtig wild, wenn ihr mal auf die 808 hinten, also im Hintergrund achtet, so im Beat. Die ist auch richtig nice. Und ja, Leute, an der Stelle würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ja, damit würde mir immer helfen, dass ich viel, viel mehr Videos für euch produzieren kann. Und ja, jetzt hören wir mal weiter. Geil, er hat auch viele Kontrastparts einfach drin. Und mit Kontrastparts, Leute, meine ich halt einfach so diese Parts, wo so, ja, entgegen so diesem anderen Rest vom Song, ja, wo so zum Beispiel hohe Stimmen, dann ist komplett mal der Beat weg. Er rappt halt einfach mal was anderes. Oder er sagt einfach mal so ein paar Worte. Es ist gar nicht richtig rappend wie jetzt hier, glaube ich, ne? Ja, es ist so leicht so. Ja, es ist so halber geredet. Ja, das ist halt cool. Und dann geht es wieder rein und es schafft ein bisschen Abwechslung so fürs Gehör. Das sind so die Tricks so im Arrangement. Und ja, feiere ich auf jeden Fall, Leute. Jetzt nur Glockenmelodien. Rolling Stone kommt jetzt wieder. Und ja, nice. Also wir nähern uns dem Ende dieses Songs Nina, Nana von Gali. Und ja, Leute, wie fandet ihr den Song? Ich fand den richtig, richtig geil bisher soweit. Es ist eine entspannte Stimmung und ja, nicer Vibe. Geil gemacht, Leute. Richtig geil. Also Video ist halt auch nice. Bellissimo auf jeden Fall. Sehr cool gemacht. Sehr cool. Nice. Okay. Okay, so Abspann. Nice. Ja, Leute, Kanal habe ich schon abonniert. Daumen nach oben habe ich da gelassen. Und ja, gebt diesem Video auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Leute. Dekarboniert auf jeden Fall meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Weil da kann ich viel, viel mehr Videos für euch produzieren. Ja, wünscht euch einen Song unter diesem Video. Das war's von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Euer James Alpha. for. 조금 Dann,